so liebe community damit herzlich willkommen zurück bei wrc von codemasters bzw publisher ea sports deswegen ja ea sports wrc wir sind wie ihr seht noch im momentshub und ich würde sagen in dieser folge probieren wir die iberia rally lokal matador lande auf position sieben oder höher ok ich war mir in der ersten in der ersten moments folge noch nicht ganz sicher wie ich dieses format mache ich denke mal maximal fünf eine stunde aus maxi maximal also das wird jetzt das format wird jetzt so try and error mäßig werden wir fahren es so lange bis wir gold haben sollten wir in der stunde aufnahmezeit kein gold haben dann egal dann ist es halt so aber ich gebe mir jetzt immer für die momente maximal eine stunde zeit die auf gold zu fahren wenn euch das dann zu langweilig wird die events immer und immer wieder zu gucken falls das nicht auf anhieb oder ein zweiter versuch schaffen dann schaltet gerne nach ein paar minuten ab habe ich kein problem mit aber das ist so wie gesagt so ein try and error test auch für mich gut so lerne ich vielleicht auch ein bisschen besser um die kurven zu kommen und mich ein bisschen besser zu konzentrieren mal schauen aber ich will nicht zu lange schnacken sondern wir wollen jetzt die etappe einfach versuchen hier dürfen wir nichts reparieren also warum das drin ist oder doch diesmal dürfen wir theoretisch reparieren haben wir was zu reparieren nein haben wir nicht okay dann wollen wir mal starten etappe 1 und 1 ok 9,2 kilometer kriegen wir hin in der ersten folge waren es ja glaube ich nur zwei versuche also das ging ja noch mal gucken wie viel wir hier brauchen jetzt haben wir ein richtiges WRC-Auto die haben ganz schönen dampf unterm kessel einfach links in leicht rechts Achtung einfach links über Kuppe und scharf rechts nicht schneiden händischen und mittel rechts richtig Berarn aus dieser scharf links nicht schneiden und mittel rechts Mittel rechts. Leicht schneiden. Mittel links über Kuppe. Mittel rechts. Schneiden. Mittel links. Mittel links. Und einfach rechts. Schneiden. Langsam in einfach links. Scharf links über Kuppe. Mittel rechts. Und Mittel links. Einfach links. Leicht links über Kuppe. Langsam. Mittel rechts. Macht zu. Scharf. Scharf links. Bei Kreuzung. Kleine Kuppe. Einfach links. Mittel rechts. Schneiden. Einfach links über Kuppe. Einfach links. Langsam. Scharf rechts. Bei Kreuzung. Leicht links. Leicht links. Kuppe. Einfach links. Macht zu. Mittel. Einfach rechts. Langsam. Langsam. Mittel rechts. Weite kehre links. Mitte links. Kehre rechts. Na komm rum hier. Scharf links. Langsam. Leicht links. Und scharf rechts. Wirk breiter. In Mittel rechts. Bremsen. Einfach rechts. Schneiden. In einfach links. Mitte links. Scharf rechts. Scharf rechts. Und leicht links. Scharf links. Mittel rechts. Schneiden. Wow. 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 Nein. 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 Scheiße. Da lang. Einfach links. Mitte links. Solche Fehler sollten wir uns nicht zu oft leisten, sonst ist der erste Platz weg, weil Stand jetzt sind wir erster, wie ihr links sehen könnt. Scharf links. Achtung. Einfach links. Mach zu. Mittel. Und mittel rechts. Schneiden. Aber solche Fehler gehören halt nun mal zum Lärmprozess dazu. Zumal ich diese Etappe noch nicht kenne. Weil die meisten Etappen in dem Spiel fahre ich ja noch blind. Einfach links. Und leicht rechts. Schneiden. Mitte links. Scharf rechts. Und wie ihr wisst, der Mauro wird ja meistens eh lernresistent. Also ich kann die Etappen auf 10 Mal fahren. Ich fliege trotzdem an den gleichen Stellen raus. In Mittel links. Einfach rechts. In scharf links. Aber es wäre schön, wenn wir mal einen Moment hier direkt auf Anhieb schaffen. Das wäre natürlich geil, aber wir wollen den Tag mal nicht vom Abend loben. Doppel Achtung. Einfach rechts. Und scharf rechts. In Mittel links. Nicht schneiden. In leicht rechts. Mitte links. Langsam. Leicht rechts. Und scharf rechts. Und scharf links. In einfach rechts. Und Mitte links. Auf jeden Fall eine geile Etappe. Gefällt mir. Einfach rechts. Langsam. Scharf rechts. Scharf links. Nicht schneiden. Aber wie auch schon bei der Karriere gesagt. Und einfach links. Langsam. Das ganze Spiel ist klasse. Das ganze Spiel gefällt mir. Also die Fahrphysik ist einfach Bombe. Einfach rechts. Mitte links. Schneiden. Und scharf rechts. Also auch an die Controllerfahrer und an euch gerichtet. Also wer denkt, das ist nur für Simracer gedacht. Die Lenkrad-Hardcore-Zocker. Nein. Diesen Teil könnt ihr auch problemlos mit Controller zocken. Also mit Controller mega geiles Feedback. Mega geiles Fahrgefühl. Einfach nur. Einfach nur geil. Und einfach rechts. Leicht rechts. In einfach links. In einfach rechts. Scharf links. Über Brücke. Also ich würde sagen, dieses WRC ist für Einsteiger sowohl fortgeschrittene gleichermaßen geeignet. Einfach links. Über Ziel. Bis Stopp. Okay. Das ist eine Zeit von 5 Minuten. 21,9. Erliches angeht. Ah! Ah! Damit ist der lokalen Matador auch abgeschlossen auf Gold. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit nachhaltigen Kraftstoffherausforderungen wieder, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ihr wisst, was zu tun ist. Liken, kommentieren, abonnieren. Partnerkanäle in der Videobeschreibung checken. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen. Euer Maulwurf. Ciao, ciao.